Hallo bei Ventum S. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, was immer wieder auf mich zukommt. Wenn ich Workshops durchführe in den Theatern, kommen immer dieselben Fragen und deswegen will ich ein paar davon hier schon mal beantworten. Eine dieser Fragen betrifft die Rollen und deren Haltbarkeit. Es geht also um diese Rollen, die hier drauf sind auf diesen Rädern und wie lange die im normalen Bühnenbetrieb verhalten. Es ist natürlich ganz schwer, hier eine ganz pauschale Aussage zu treffen. Ich kann aber so viel sagen, bis jetzt haben wir nur in einem einzigen Fall mal Rollen ausgetauscht und da schien der Wagen in einer Art Batteriesäure gestanden zu haben, die wohl aus den Batterien ausgelaufen war. Rundfunk appeared im